So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Bros. X die Welt von Stefanox 98 und wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei diesem Öl-Levelache, genau mit Hilfsmitteln ans Ziel hieß das. Und jetzt gibt's hier das Strandmobil, entweder das oder da unten diesen Turm. Wir machen erstmal das Strandmobil, würde ich sagen. Wir haben noch ein Leben, das ist super. Damit kommen wir bestimmt super durch. Gucken wir mal, was er sich hier ausgedacht hat. Wow, leckt doch nicht so rum. So. Allmann einste... Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Das ist... Ja, das... Wow. Okay. Und schon verkackt. Okay, das wird dauern. Hehe. Das seh ich jetzt schon. Auweih, auweih, auweih. Das wird ein langes Level. Was man problemlos theoretisch sogar skippen könnte, wenn man... Ach, ich muss dich anquatschen. Okay. Und das Level leckt hier in der Aufnahme. Alter, Hilfe. Da kann das Level natürlich nix dafür. Nicht, dass mich hier wieder jemand falsch versteht. Ja, geh hoch, geh hoch. Sehr schön. Brav, brav. Nein, ach man. Oh, das ist mit dem Legen natürlich ne Katastrophe. Ah, was war ich denn da? Ah. Zusätzliche Probleme, die nicht sein müssten. Wenn das Spiel ordentlich laufen würde bei mir. Okay. Wir kriegen das hin. Uah. Oder ich starte... Nein. Nein, 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 nein. Ach, Mist. Und ich starte den PC mal schnell neu. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. So, jetzt haben wir jedenfalls wieder drei Leben. Ein paar mehr Versuche. Nein, du bleibst hier. Dich brauche ich unbedingt. Weil dich verliere ich schon meistens bei den Koopas. So, ah. Nein, 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 nein. Jetzt komme ich nicht mal mehr an die Mitte. Äh, Mitte ist gut. Das ist bestimmt nicht die Mitte. Das ist bestimmt alles andere als die Mitte. Aber scheiß drauf. So. Na. okay next kann ich da nicht einfach irgendwie ja dich du gehst mal weg soll jetzt hier hoch und dann hier hoch und nein 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 boah ach du scheiße das ist doch viel zu schnell ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube wir werden dieses level hier ohne musik spielen weil dann leckt es nicht so das liegt nur an diesen 1000 nach kacke ja wir spielen das level ohne musik und zwar dann in der nächsten im nächsten part wir machen jetzt erstmal diesen turm da unten dass wenn das da oben so leckt das funktioniert nicht und ohne musik passiert bei mir in der taskleiste nicht die sache dass sich 1000 decoder öffnen weil immer bei diesem spiel öffnen sich tausende also es ist immer dasselbe aber der öffnet sich 3000 mal ungefähr gefühlte und ja oder encoder oder wie auch immer das heißt jedenfalls öffnet sich da lauter audio scheiß viecher wo diese musik die so gar nichts mit mario zu tun hat aber das macht nichts denn sie ist episch da 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 die 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 und wer es nicht kennt super smash boss beziehungsweise natürlich zelda oder bin ich jetzt doch ja zelda ich war gerade überlegen ob es nicht doch dingens ist habe ich meine es ist zelda und zwar links adventure also dieses dieses zelda 2 ding okay gehen wir hoch wir gucken mal da rechts wir gucken doch nicht rechts ich probiere jetzt das mit den cooper da oben loszuwerden ohne mein pilz zu verlieren super und dann dich das ist natürlich ein item gegeben ach so ich muss da rechts und sobald ich es einmal verkacken kann ich direkt zurück jetzt habe ich diesen sprung schon wieder der daten diesen diesen drei diesen fünf blöcke sprung oder wie hoch ist das ja fünf blöcke mal komme ich da hoch und mal nicht ich rach das nicht ich rach das echt nicht muss ich da nach oben drücken oder was hüpf doch mal da hoch man ja jetzt auch nicht jetzt kannst du es auch lassen dann eben von hier okay das scheint zu gehen und dann hier und dann nein okay okay super so du kannst gleich her dann können wir gleich näher können wir nicht ja ich lass mich in ruhe die 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 fack der tschicht Fuck that shit, ich bin wieder unten. Ei, 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 ei. Wah. Do, 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 do. Do, 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 do. Und ich hab gelesen, man kann auch mit, äh, Items in der Hand Spinsams, Spinsams machen, genau. Das, äh, werden wir vielleicht irgendwann mal nutzen. Nein, ich werde doch schon wieder versagen. Das traue ich mich schon gar nicht mehr. Hilfe. Oh wei. Nein, Mann. Badam, bam, bam, bam. Hopp und hopp. Ach, Mann, leckt mich doch. Wenn ich so halt hochkäme, aber das kriege ich nicht hin. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich ist genau das das, was nicht möglich ist, dass man so die Richtung wechselt, während man rennt. Ach, er leckt mich doch. Oh. Was ist jetzt los? Wow. Diese Lecks. So, also ich brauche hier einfach mal genug Platz. So geht es nämlich problemlos. Und dann da oben den Mann. Das ist doch doof. Wieso leckt es denn jetzt noch noch mehr? Huch. Wo kommst du denn her? Nein. Nein. W- Alter. Nein, 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 ich will mich nicht. Lass mich. Oh, Mensch. So wird das nix. So. Das hier klappt ja alles wunderbar, aber da oben, das ist schon wieder too much für mich. Nein. Mein Drehsprung? Ne. Ich muss da geduckt drüber. Na hoch. Oh man. So. So. Jetzt stehen wir hier wieder. Tap, 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 tada. Hopp. Und hoch. Arigato. Ups, Entschuldigung. Ich bin gegen das Mikro gekommen. So, jetzt bitte mit mehr Zeit ein bisschen. Hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und... Nein. Ah, der Treffer unnötig, aber egal. Hier sollten wir sicher sein. Boah, das war knapp. Knapp wie Grütze. So, dann sind wir hier auch wieder sicher. Hm. Nein. 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 Scheiße. Das ist doch nicht zu fassen. Ah. Ha, 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 ha. Ah. Nein, 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 okay. Okay, das kann nicht so langsam. Nein. Das aber unfürsichtlich gerade nicht. Ich verstehe nicht, dass von der Höhe her, warum der mal nicht hoch springt und mal hoch springt. Äh. Die Physik ist irgendwie nicht so verständlich wie in... Das gibt's doch nicht. Wie im richtigen SMW. Ich raff das nicht. Ich raff diese Steuerung. Aber mal hüpft er hoch und mal nicht und mal wieder und... Ich mein, ich brauch Anlauf, das seh ich schon, aber... Ach, so. Egal, wir sind wieder hier. So, nicht hängen bleiben. Hier hoch, hier hoch und hier hoch. Okay. Und darüber. Und da ist eine Tür. Und wir haben gerade ein Leben bekommen. So, gib mir bitte einen Midwaypoint. Uah. Midwaypoint. That music change. Ach so. Fuck. Habe ich es jetzt schon verkackt eigentlich? Oder muss ich da unten gar nicht durch? Alter, es leckt viel zu se- Alter, es leckt viel richtig. Was ist denn das? Na toll. Bringt's mir. Oh, die sind auch Münzen geworden. Okay. Sag's doch gleich. Boah, ich muss irgendwas gegen diese Audiolexen machen, echt. Das geht nicht. Bist du ein Boss? Oder bist du nur so ein Vieh? Ich lass den Pilz da oben mal lieber im Ding drin, weil wenn das... Ne, das ist kein Boss. Doch. Okay. Das heißt, mit dem Vieh haben wir es dann fertig, oder wie? Jetzt weiß ich nicht, ist das... Das ist schon das Dinofieh, ne? Das heißt, ich muss die einsammeln, diese Schüsse da. Da, hab ich gut gemacht. Hä? Warum geht das nicht? Doch, geht doch. Puh. Ach. Sag mal, wie wirfst du denn? Du mal Klempner. Okay, aber das geht. Naja, das ist natürlich... Da muss ich näher hin. Okay. Treffer. Okay, das kriegen wir hin. Haben wir ja doch noch einen Erfolg in dem Part. Meine Fresse. Danke, dass die Stelle nicht zu lang war mit dem nach oben gehen. Das war insgesamt... Vor allem rückwirkend betrachtend schon erträglich. So. Nein. Und das da oben, wie gesagt, das müssen wir ohne Musik machen. Wow, was? Mist. Mist. Nein. 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 Ich will trotzdem lieber dann hier mit Blume hin. Das... Deswegen lasse ich das jetzt einmal wieder sein. Und hol mir den Pilz da oben jetzt auch nicht. Alter. Fick dich ein bisschen ins Knie. What? Nein, nein, nein. Die kriege ich nicht. Nein. Ach, okay. Dann schauen wir mal, ob wir den mit, 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 mit Feuer abschießen können. Ah, ich dachte, das wäre der Boss und dann... Naja. Super. Okay, pass auf, dass wir jetzt noch nicht getroffen werden. Wir wurden ja auch gerade nicht getroffen. Das waren ja nur die Bomben. Von denen ich dachte, ich bräuchte sie. Was? Ich hätte mir Leben holen sollen. Scheiße. Scheiße. Fuck. Sorry. Dumm. So, geh du weg. Geh du weg. Geht alle beide weg. Ich hätte mir Leben holen sollen. Ach, das war so dämlich. Naja, gut. Bitte jetzt nur die Blume behalten. Das wäre super. So, dich kriege ich theoretisch. Ich ducke mich mal gerade lieber. Ich weiß nicht, ob der auf der Höhe mich trifft. Und dann schauen wir mal. Okay, das geht schon mal nicht. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall wieder rüber. Oder geht das? Ach, egal. Das schaffen wir ja auch so. Das ist ja nicht das Problem. Ich würde nur meine Blume, wie gesagt, gerne behalten. Dann habe ich halt wenigstens zwei Treffer für Mauser. Woops. Woops. So. Nein. Nach. Dach. Drüber geschmissen. Da wirft er eh schon so kurz und dann auch noch drüber. Na gut. Hat es ihm was gemacht? Ich glaube, das macht ihm was. Fuck! Okay. Pilz. Wir haben eh nur noch dieses eine Leben. Fuck. Aber ich glaube, es hat ihm was gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss hier irgendwie eine Bombe kommen. Die ist super. Nicht getroffen. Scheiße. Treffer! Ne, jetzt hat ihm dann doch nichts gemacht. Okay. Die ist gut. Nein, die ist nicht gut. Die ist gut. Nein, die ist auch nicht gut. Weg. 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 Die ist gut. Naja. Nein! Mist, kacke. Na. Wir sehen uns wieder, wenn ich beim Boss bin. Ah. Mist. Mist, Mist, Mist. Bis gleich. So, machen wir weiter. Ihr glaubt gar nicht, wie schön das ohne Aufnahme zu spielen ist. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wahnsinn. Ja, ich kann da nicht Spin-Champen. Okay. Gut, dass ich das weiß. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann das drauf Spin-Champen. Aber gut, dann kann ich halt da drauf nicht Spin-Champen. Ist okay. Ich werde trotzdem den Teufel holen und mir den Pilz da jetzt holen runter. Das machen wir nicht. Geh weg. Freak. Na schön. Das kennen wir ja schon. Eigentlich hätte ich auch den Partist bei Mauser starten können, ne. Naja. Wird ja halt wieder ein bisschen länger. Dach. Schmeiß doch nicht immer drüber. Dach. Nein. Nein. Jetzt stirb. Näh. Ich muss woanders hin. Wenn ich hier oben stehen bleib, bin ich vollkommen gearscht. Vielleicht kriegst du ihn, dass er sich selber sprengt. Ja, wenn ich da so bleibe, könnte ich schon dann ein bisschen ausweichen und ein bisschen aufpassen. Könnte man ja mal probieren. So, diesmal achte ich auf die Leben. Keine Sorge. Bei null wird Leben geholt. So, Pilz. Kommst du. Zum Glück ist es hier halt auch so, dass der Pilz nicht automatisch runterkommt. Man kann ihn sich speichern. Das ist ganz gut. Das ist sehr, sehr praktisch. So, und auf euch kann ich nichts Bindjumpen, oder was? Oder habe ich es gerade einfach nur verfehlt? Lass mich in Ruhe. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur verfehlt und bin dumm im Kopf, oder so. Egal, das geht ja jetzt. So. Leben. Und hops. Taskleiste nicht jetzt. Das Level überberuhigst du dich jetzt noch? So. Whoops. Nope. Boah, nicht... Oh, das hätte ins Auge gehen können. Wenn ich über das Stachel loslasse, das wäre äußerst dämlich. Dach. Wie oft schmeiße ich ihn jetzt noch drüber eigentlich? Danke. Ach, wäre das schön, wenn das der einzige Boss wäre. Aber nein, er muss hier noch Mauser hinpacken. Ach. Aber ich habe schon echt eine Idee. Ich bleibe dann hier auch... Nein, kann ich ja nicht. Ich muss ja weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich die Bomben vielleicht abschieße, während Mauser sie schießt. Yo. Ja, nicht ganz so. Okay. Komm, wir holen uns den Pilz. Ich habe ihn jetzt schon zweimal getroffen. Ich glaube, dreimal reicht. Nein. Wir gehen rüber. Ach, fuck. Das muss ja schief gehen. Kann er mir eigentlich auch was tun, oder nur die Bomben? Er kann mir auch was tun. Okay. Hauen wir uns schnell Blume. Ei, 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 ei So Schieß eher, danke Runter Einmal das Einmal das und einmal das Vielen Dank So Jetzt haben wir auch immer eine Blume oben im Kästchen Vorausgesetzt wir geben die erste nicht auf War Ups Wir sehen uns gleich wieder Ich habe gefällt Ich habe War das schon mal so Hatte ich das schon mal, dass ich dann Eine Eisblume Will ich die? Ich habe ja die Feuerblume da oben Also eigentlich Egal Ich kann ja gucken, ob ich sie behalten kann Naja, wir sehen uns gleich wieder So Ich habe die Eisblume behalten können Und ich kann es nur nochmal sagen Es ist ohne die Aufnahme so viel Uah, ich hätte fast wieder den selben Fehler gemacht Es ist ohne die Aufnahme so viel leichter zu spielen Das gibt es gar nicht Also bitte, bitte, wenn ich feile Bedenkt immer, dass ich diese Aufnahme-Lags dabei habe Naja Dass ich hier die Eisblume noch habe Ist ja sogar der Beweis Dass ich nicht so tue, als ob Das ist voll gut So Zack Okay Zack So, kann ich die einfrieren? Kann ich nicht Das ist natürlich super Dann möchte ich bitte meine Feuerblume haben Nein, das wird dämlich Aber scheiß drauf Guck mal Bleib da liegen, bleib da liegen Gib mir hier keine Bombe her Nein Ach, schade, das wäre es gewesen Na schön Na schön, na schön Wir kriegen das hin Wir kommen in unter einer halben Stunde hoffentlich hier raus Ich sehe schwarz Und ich darf also nicht das Level verlassen Ich darf mir keine Leben holen Sonst ist der Midway Point weg Dann macht das Leben holen ja auch gar keinen Sinn Wenn dann der Midway Point weg ist Okay So Den Teil hier oben machen wir mit Eisblume Das ist wesentlich angenehmer Da kann man nichts falsch machen Und dann holen wir uns die Feuer Blume So Was ist Was ist das denn jetzt? Wie kann das denn jetzt sein? Warum ist da oben kein Peacehead, der immer wieder auftaucht? Ach, nö Das schaffen wir Das schaffen wir Das schaffen wir Puh Gerade nochmal gerettet Alter, wie dumm Was war das denn jetzt für ein Bullshit? Warum ist die eine Münzenreihe da einfach? Dieses Spiel So Und wir bleiben dann gleich am besten hier in der Nähe Ach, ich dachte jetzt kommt er direkt Aber ich habe leider verfehlt Aber jetzt Gut Ich will nämlich, wie gesagt Sobald er die abfeuert Gut Gut Oh, ich muss öfter Fuck you Komm her Wie oft muss ich den Arsch noch treffen, ey Und ich kann die leider nicht einfrieren Nein Wir gehen erst mal wieder weg So Und die erste holen wir uns Puh Macht Boom jetzt Ja Haben wir es Haben wir es Ja Ja, oh mein Gott Ja Halbe Stunde Scheiße Danke fürs Zuschauen Und wie gesagt Nächsten Part Kurz ohne Ton da oben Das Level Das sollte einfacher funken Wow Das Level da oben macht jetzt noch so viel Sinn Ähm Warum Geht das da oben dann noch woanders hin Oder geht das dann nur hier runter Wieso geht man dann überhaupt hier oben lang Wenn man hier unten Hä Die zwei Level da oben machen gerade gar keinen Sinn mehr Warum Das Oder gibt es hier dann noch einen anderen Exil Und das ist jetzt quasi Verstehe ich jetzt gerade nicht Egal Dann haben wir jedenfalls Welt 2 geschafft Und sind in Welt 3 Wow Wow Okay Danke jedenfalls fürs Zuschauen Wir gucken uns trotzdem nächstes Mal noch kurz da oben Das Level an ohne Musik Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und Ach jetzt habe ich es nur ein drittes Mal gesagt Egal Tschüss